Hallo, ich bin Axel Hilger, Fotograf und ich zeige Ihnen für Mallorca Erleben die schönsten Plätze der Insel. Am 11. Januar 1963 erschütterten zwei Explosionen die Stadt. Die Bürger waren entsetzt. Ihre Stadtmauer, auch die letzten Reste der Stadtmauer, sollten Immobilienhaien zum Opfer fallen. Sie wollten hier Villen errichten, direkt an der ersten Meereslinie. Doch die Bürger, genau auch wie die Historiker, haben sich das nicht gefallen lassen und gingen auf die Barrikaden. Sie haben es nicht zugelassen. Madrid musste den Antrag zurückziehen. Und wir haben heute die Früchte dieses zivilen Aufstandes, denn wir können heute hier natürlich diese Stadtmauer besichtigen. Die alte Stadtmauer kann man durch viele Wege entlang gehen. Hier kommen wir gerade an den Katakomben vorbei. Diese beiden Türen führen direkt in die Katakomben und zur damaligen Zeit, die Seefahrer hatten irgendwann mal ein Krokodil mitgebracht. Und dieses Krokodil wurde in den Katakomben ausgesetzt und als kleiner Drachen bezeichnet. Natürlich gab es auch einen Drachentöter. Er hat sich dem Drachen angenommen, hat ihn getötet und seither war die Stadt befreit von dem Krokodil. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.